Und weiter geht's! Yay! Zeitlupe! Hm... Kamari! Yuna ist weg! Sag was? Ich versteh es nicht, was soll das hier? Yuna ist weg! Er wurde geschlagen! Das Spiel startet immer noch nicht! Ach, da drüben drin! Yuna hat sich von den Albed Sykes getötet. In exchange for her safe return. Sie wollen die Aurochs verlieren. What? Was? Solche Schweinehunde! Wenn es nur Blitzball-Spieler sind, dann wüsste ich, dass sie etwas drastisch machen. Aber wir sollten keine Chance nehmen. Lass uns sie holen! Ich gehe auch! Okay! Das wird kein Problem! Sie sagen die Aurochs, das Spiel zu spielen, als ob sie es brauchten. Ich meine, wie gut ein Team können sie sein? Eigentlich schon. Waka sagte das gleiche Sache. Er will sich das Spiel anziehen. Wir sollten Yuna gehen. Das Albed-Boot ist in Dock 4. Los geht's! Wow! Ja, dann... Loops! Wobei... Komplett unabhängig davon. Wann zur Hölle startet eigentlich endlich das Spiel? Was sagst du mir? Weitere! Ja, das freut ich mich eigentlich auch, was ich eigentlich mache. Aber... Naja... Irgendwie gibt's so ein paar Dödels, die einfach mal Yuna enthüttern. Ich blande bei Yuna. Das ist die Eingrashalle. Okay. Was steht denn da oben? Ähm. Kannst nicht lesen. Gut, ich soll wahrscheinlich hier... Ich geh mal links runter, da war der Pfeil. Glaub ich mir nicht. Ähm. Nein, da war der Pfeil nicht. Aber wo geht's da eigentlich? Ach, genau das war ja das Gebäude. Heißt, da geht's wahrscheinlich irgendwie runter und war aus und links in die Kuppel. Ach, ich kenne mich hier noch nicht. Ich kenne mich ganz so aus, weil ich hier noch nicht drin gelaufen bin. Aber das soll sich anscheinend ändern. Und weiter. Oh, ganz viel. Moment, das ist das Sachsen-Güder von mir. Äh, 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 ja, ich meine, eigentlich wollten wir gewinnen. Aber, okay. Dann kann ich schon mal die Daumen ziehen. Äh. Ah, okay. Wow, what are they? Das fragen ich mich auch mal. Die Marken sind durch den Albed. Sie sind meistens verantwortlich zu Leitlinien. Wir werden ihn eintresseln. Schlips. Ab. Aus. Schlips. Und jetzt wieder. Was können sie halt überhaupt? Und... Yay, da bleibt. Okay, die Zeit noch langsamer zu gehen. Ah, Hyper, ich habe ihn gut gebraucht. Moment, erstmal, ich kann hier mal meine... Hab ich noch welche? Ja, wo geht denn, wo ist nicht mehr? Ähm, dann wollen wir direkt weitergehen, glaube ich, oder? Es geht hier oder weitergehen? Ähm... Guck hier. Noch mehr von den T-Shine-Namen. Ich freue mich. Das sollten wir kurz noch erzählen. Ich kann also nicht wechseln. Okay. Schlips. Hopp, hopp. Hänger auf die. Nur auf die. Ich bin nicht vermut, aber... Sander. Ich habe keine Ahnung, ob ein Sander wie du jetzt mal ausgeschalten. Aber... Ich bleib mir dann weiter. Ich hab's am Frankischsten. Schnitzel. H kendi das mit rein. Und jetzt, dass auch noch Lot erledigt wird. Jetzt? Ja, hier? Wo geht's denn darüber? So, eh, guck mal kurz. Okay, da ist da ein Schiff. Da rechts ist kein Schiff. Und dann gehen wir wieder zum... Ach, der rote Pfeil ist irgendwie doof. Könnt man nicht irgendwie sagen? Ja, doch, da lang. Dann abbiegen. Und keine Ahnung, dass man sich irgendwie verlaufen kann. Das wär lustiger. Das ist wirklich lustig. Nein. Jetzt gibt es ab. Ein einziges Mal. Keine neutralen Monster. Das ist eine Weinstadt. Und dann kommt die Mistviecher hier. Wie oder Kappen. Wie eine Schaffigfinger. Was soll das? Äh, no, heim. Du warst mir doch gleich mein Schiff. Das brauche ich. Anlass, aber immerhin haben sie mir gesagt, dass das Teil des Leidlings schwach, schwächer in der Nacht ist. Haha, nein. Ähm, sonst sind wir nicht überlauben. Weil so ist es einfach immer. Schnitz, schnitz. Gegner, Attacke, miss. Panda, erste Rettung. Das war's. So oft wiederholen. Das geht mit mir da. Was geht denn jetzt dann? Wieso mach ich denn da schaden? Ich hatte zwar eine Vermutung, weil ich muss es trotzdem ummachen. Nein. Vermutung nicht bestätigt. Ich dachte, da ist ein neuer Typ, der hat gegen Thunder. Super. Oh, drückend. Überarschendes Spiel. Ja. Aber, wir kommen aber nicht so. Merkt man. Man merkt, dass wir es irgendwie erwartet haben. Doch? So, erstmal ein bisschen hochchirren. Ich mein, man muss ja nicht unbedingt Schaden fressen und ich glaub... ...und so soll man echt viel Schaden... ...und unbedingt sowieso nicht... ...also... ...hier... 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 ...manчно... ...voneinander... ...hoffentlich genügens... ...ja... ... ...��... ...da n' ... Irgendwann kann ich dir ausweichen. Das ist doch nicht gut. Ich persönlich, praktisch. Doch. Komm schon, bis zu ihr. Keine mehr. Ah, genau, wir haben es umkopiert. Heißt keiner mehr. Oder? Wieso kann ich mir das nicht? Nur ein halbes Posten. Ah, irgendwas kommt noch. Will ich das wissen? Ist es ein Bildschirm? The Aurochs are keeping the score tied with some excellent defense, folks. Okay. Oh, he'll feel that one in the morning. Ah, but the referee doesn't call the foul. Oh, Waka's taking a real beating out there. Okay, heißt irgendwas läuft da drin schief. Außer könnte das nur sein. Ach, das sind doch... Was ist das mit Bildschirm? Was ist das mit Bildschirm? He won't last. Waka's always like that. Ouch. Let's go. Let's go. Mit oder ohne Lulu? Mit Lulu. Wir entern das Schiff. Ja, jetzt schon wieder. Bitte was? Oh, fuck. Aua. 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 Man kann es natürlich auch betreiben. Oh, ho, 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 ho. Oh, mein Gott, war denn gut? Oh, mein Gott. Okay, er wollte mich doch verarscht, oder? Hey, wir können diesen Crane nutzen. Huh? Use Crane. Oh, ho, 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 ho. Attacke, grau. Komm, move! Ah, ho, 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 ho. Ach Gott, da hat er mich verarscht. Hat er mich verarscht. Oh Gott. Okay, da die restlichen Maschinen, die Lightning schwach waren, versuchen wir es hier nochmal. Come on, move! It's a problem. Oh, Plyado. Was ist das für ein Angriff? Ich kann gar nicht angreifen. Oh, je. Hm. Da ist es nicht. Auf den Crane. Ich will es noch nicht versuchen. Ich will nicht erst mal einen Overdrive machen. Und dann das Fury. Auf beide. Auf beide, das passt. Okay, das genau, was ich jetzt mache. Was muss ich da machen? Ich verstehe. Ich verstehe ihre Fury noch nicht. Ich verstehe ihre Fury noch nicht. Oh, was soll das? Was muss ich begeben? Ah, nein, 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 nein. Ich habe das vergessen. Was ganz wichtig ist sogar. Ich habe zehn Hypo, schlüsse. Zehn? Ich glaube, ich werde das auch vernünftigen, ne? Ah. Okay, wir haben noch einen Hypotion. Ah, ich bin, dass der so null läuft jetzt. Hm. Ich dachte, das wäre kein Angriff für Mario. Keine Ahnung, wieso. Was glaubst du? Ah, Mann. Natürlich, wer die Scheiße. Wer ist dran? Ah, die Mario. Ja, das passt ja. Der hielt sich erst mal wieder hoch. Weil das ist so ziemlich der Tank bei uns. So, ich glaube, ein Versuch ist es wert. Ich glaube, ein Versuch ist es wert. Ah, verdammt. Das war meine Zeit, ich hätte das jetzt schon empfangen. Sehr angenehm. Ich dachte doch, dass da irgendwas so ist. Wenn die das immer noch angezeigt wird, dann muss der hier sein. So, come on, move! It's probably out of power. Was soll ich? Ich weiß, Lulu, use a Thunderspell on it. It might make it work. Ich hab's doch schon gemacht. Ich hab doch schon... Ich hab doch schon... Ich hab doch schon Klammer drauf gemacht. Halt nochmal. Vielleicht muss erst die Tanks erscheinen. Dann müssen wir das Klammer drauf machen. Aber eigentlich müsste der Vorschein kurz kommen. Ja, das war doch vor Ort schon, oder? Hm, 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 hm. Use a Thunderspell on it. Wie oft eigentlich noch? Aua. Magier sollten sich nicht besser was zu tun haben, außer unseren Schwarzen Magier zu heilen. Aber neu. Ich weiß nicht, wie du die Schaden des Teilen machst. Du machst doch hier noch ein übliches Blitz auf dem üblichen Gottverdackten Kahn. So langsam musste der Akku doch mal geladen sein. Gut. Jetzt muss er aber. Bitte. Es geht doch. Es geht doch. Es geht doch! Es geht doch... Es geht doch! Vielen Dank.